Hallo und Willkommen zurück zu GTA Online Hi Wir sitzen hier schön an einem Lerntisch Was an ist in Anführungszeichen Wir halten sich jetzt Abstand Ja Setz mich mal so hin Nein, jetzt wird mein Video demonetarisiert Warum? Weil ich das C-Wort gesagt habe Nicht so gut Naja, okay Hi, ich bin auch da Kann, darf man halt nicht sagen, ne? Ja So, dann Stehen wir mal auf Ich starte gleich auch bei mir die Aufnahme Falls man nicht weiß, warum diese Folge hier besonders ist Ja, das ist die erste Folge, die ich schneiden darf Ja, okay Denn in dieser Mission gibt es Ja, zwei interessante Wege Ich sehe aus den Versicherungsvertreter Das auch Das werde ich nur mal einwerfen Ja, wir werden, wenn wir mit Akt 3 fertig sind Also möchte ich nochmal kurz sagen, bevor ich hier den Splitscreen beginne Wenn wir mit Akt 3 fertig sind, dann machen wir die Casino Heist weiter Einfach, damit wir genügend Zeit haben, um uns eine Crew zusammenzustellen Denn, äh, daran Harvord ist ja immer noch So, pass auf Nein Sollen sie es nicht daran riechen Hier Sogar mit zwei Finger So, äh, für mich nochmal kurz Ich baue, äh, äh, beende Ich beende die Aufnahme Ja, damit, danke für dich, dass du sehen Sagst du, dass du das nix hast, noch wiederzusehen Ich starte die Aufnahme in 3, 2, 1 Da ist sie Wo ist sie? Sieh sie nicht Ja, ich schon Siehst du nicht mein Fenster recht unten? Nein, ich seh nur da im Balkon Hm, mein, warte, mein Balkon? Ja Okay So, wir haben ein Bogdan Problem, das müssen wir erstmal lösen Bevor es hier weiter geht Ist das sowas wie ein Euthanasie-Programm? Dann möchte ich nicht dabei sein Ja, nein, ich weiß nicht, frag mich nicht Ja, äh, damit kann ich leben Also mit der Rollenverteilung Ich wollte jetzt nicht auf das Gehalt, äh, aufmerksam machen So Ich bin die Luftunterstützung, du das Ubo-Team Ja Ich bin die Person, die die ganze Zeit sterben wird Oh, das sieht, das sieht geil aus Das ist die C-Maske Ich bin der Aeronaut Ich bin der Aufrührer oder die Aufrührerin Du siehst auch geil aus Siehst du aus wie, ähm, wie heißt der? Ja Scheiße, wen habe ich denn in letzter Zeit häufig geguckt? Muss ich mal kurz gucken Oh, wen habe ich so oft geguckt? Ich habe ja schon keine Ahnung mehr Ich weiß das halt wirklich nicht mehr Ähm Okay, aufgeguckt ist jetzt, äh, übertrieben Ich habe nur ein Video gesehen Äh Aufgeguckt wäre ein, äh, guter Name für den Kanal Hier, du, äh, du siehst, äh, für mich so ein bisschen aus wie in Scope Begebt dich zur Avenger Ich muss definitiv anders Ja, ich muss den Stromberg nutzen So, und deswegen gibt es einen Split-Screen Ähm, ihr wisst, äh, immer, äh, welcher Bildschirm der gerade wichtigere ist Ähm, wir wissen es nicht Aber, ähm, zukunfts-Paddy, der hat, der hat den Überblick Danke nochmal, äh, an der, äh, an der Stelle Danke Pally, dass du's machst Ähm, Geld bekommst du später Der ist ja gleich hier unten, der Wetter Ja, der Stromberg auch Ich freue mich schon, äh, Captain America, Iron Man, Black Widow Achso Wir hätten hier sogar wirklich zusammenfahren können Aber kann man ja nicht riechen Siehst du, mein Auftritt mit meinem Auto ist viel cooler So Das wird dann super, weil ich ja, ähm, immer den Sound von der jeweils wichtigeren Sicht einfügen muss Und die andere dann halt, das wird super, das ist jetzt schon Wenn diese Folge hochkommt, dann, äh, hat alles geklappt Hallo? Äh Was ist los? Äh, äh Bist du einmal hier? Ah, ich seh dich, hi! Wunderwohl geht Ich hab keine Ahnung Ich weiß noch nicht, wo du hingehst So, ist denn das U-Boot? Ich seh dich Was war ich? Ich hab geschossen, verrückt dich Nicht nur das, ich wär mal ins Wasser gelandet Das hab ich gesehen, deswegen sollst du dich noch beruhigen So, bei mir nimmst du kapst, wenn ich im Wasser bin, äh, bin ich im Arsch Das war mein Problem, nicht, dass du geschossen hast Das war stimmt, ich kann ja Autopilot Warte mal, stimmt, ich kann ja nicht, ähm, mein Sound abspielen, weil, hehehe, hehehe Äh, dann gibt's keinen Kommentar Hä? Okay, war keine gute Idee Nein Okay, nicht wundern, weil, wenn's hier jetzt, ähm, bei mir kein, äh, keine Schüsse gibt Ja, ich hab die Action Ich auch, ich bin drin Achso Ich bin dran Also, Zukunfts-Penny wird eh entscheiden, wort grad hat spannenderes Sagen wir's mal so Aber ich seh richtig geil aus in meinem Anzug Kann ich öfters tragen Das wird dann mach ich auch nach der Mission Das ist jetzt meine neue Standardkleidung Ja, eigentlich ist es hier schlauer mit einem Schrotz rumzulaufen Warum ich das nicht mache Dann auch noch, ich kann mit Schrotz nicht umgehen Ah, du Sackgesicht Du Bodo Ja, vielleicht gibt's ja dann Ah, wow, 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 wow Vielleicht gibt's dann ja Ne, gibt's nicht ich muss doch wieder auf die andere seite das bekomme ich denn nicht nein das ist so weit weg nein das ist auch so weit weg kommen mein entdeckung mir kurz und konzern das sind diese müssen sehr wichtig schießt ins bein junge leg dich nicht mit mir an doch nicht wie du es bei dir leg dich mit mir auf gut DJ oder wie DJ Decold und das U-Boot bewegt sich ja nein ein Fahrzeug bewegt sich darf es das nur ich habe das scheiße das wäre mein AIM noch schlimmer als es sonst schon wäre selbst das Auto AIM kommt schon damit nicht klar wenn ich sterbe nur in der Luft rum also ich schwebe in der Luft rum stehen geht schlecht man schießt einfach ok warum weil Helis kommen viele Helis Snacks wo ist Information scheiße uch das war ein bisschen nah kacke 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 boah scheiß ich muss weg alter scheiße der kommt ja von hinten ist doch geil ich habe nicht meine Einverständnis gegeben ich soll den Vordergang benutzen wenn es da vorne geht ne so ja eigentlich sollte man das mit einer Schrollflinte machen geht einfacher mach ich auch nen Rückweg oder hier oder? ja das ist das U-Boot da steht sich auf dem U-Boot ähm und mich wundere mich dann worum ich sterbe ab du tun so noch zu dich komme ich ja nicht hin äh da trifft ja hier rein ist nicht für ein scheiß oh die steht das war ein bisschen ne Bruder hat mal Abstand und man laufe ich grad wieder zu ich laufe wieder zurück ich habe mich hier verirrt ist nicht gut Bruder äh warte mal ja besser wenn du dich nicht verirren würdest mein eventuell hält nicht ewig aus hier runter hä? wo muss ich denn hin? muss ich da rein? da ne ne muss ich nicht ich bin verwirrt ähm aber lass es dir nicht anmerken ich gebe mir Mühe ich gebe mir Mühe ich gehe nochmal ich übe das Leitern steigen das ist gut dass du wieder denkst du musst hier vom Dach runter fliegen von U-Boot ich kann mir nicht übers geländer springen man klappkürzen ne abkürzen geht nicht Speedrun so warte mal ich gehe einfach nochmal den Weg zurück den ich da gegangen bin hä? ich bin doch nicht hä? wo bin ich? wo bin ich? wo bin ich? wo bin ich? Aua! Arschloch! ach so du bist im Knall ah so warte hast du deine Probleme lösen können? ja er hat ausgeplaudert das ist gut stop it! stop it now! you are the biggest idiots of all the white world americans this is a big mistake black crap the advance stop stop me das ist ja weil du dich nackig kackst was was ich mir erschrecke nein fuck dann so warte noch nicht wer will nochmal ich verteile noch eine runde Explosionen gib dich zum Kontrollraum mache ich mit dem mund warte mal ich hier sind wir komm komm trau dich trau dich trau dich ich bin ja auch offen anschlag ich brauche mich nicht da hätte ich mir lieber nicht getraut das hat jetzt dein Leben gekostet das ist über mir oder? das ist über mir wie schon zu Lebzeiten ja gottes über dir ja gottes über dir ich nehme was was wollte mir der komische russe sagen ich weiß genau was ich mache schnapp mir seine information weißt du wirklich was du machst du kannst du nicht mal zu Leitern hochklettern und runterklettern hey ich kann das ich kann das will dir ja jetzt keinen Druck machen ne aber mein avenger ist schon halb so was für eine app soll ich was hä bist du besoffen ach so was soll ich machen so ein foto machen halt in die Konsole warte einen Moment warte einen Moment warte 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 Wie sagst du es? Ich bin hier für Hilfe! Das Code-Name-Bot ist Kill-Him! Nein, Kill-Me all you like! Aber stop! Listen, 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 listen. Natürlich, ich möchte, um Amerika zu zerstören, um Russland zu kontrollieren, und zerstören die Farbe der Zivilisation, wie wir wissen. Aber es sind alles Pipe-Name-Bot. Ich bin hier, um zu helfen, um einen realen Problem zu lösen. Und was ist denn das reale Problem? Du! 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 Das reale Problem! Du machst für A1-Quartz und seine Maschine, Cliffy. Oh, ein Ciguret, ein Ciguret... Hey, 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 hey! Listen, listen, think about it. If you let insecure little egomaniac play God, then fake human brain he builds will be brain of insecure little egomaniac. My scientists have studied Clifford. Clifford is Ethel. The AI is an asshole. Exactly. And him, of course, want us to kill each other. I don't believe a word of it. Well, how do I make this up? How, indeed. Well, thank you, Bogdan. Thank you, Mr. Crest. Thank you, silent, psychotic peons. But this, this is where I say, arrivederci. No, I mean, get ready. I mean, this is where I'm in charge. Me and Clifford. Go fuck yourselves, losers. Yes, losers. Yes, we're in charge. Me and my dad, we're in charge. And this outdated low-tech submarine will self-destruct in 13 seconds. I think you've got to get out of there quickly! Scuba gear by Hatch over there. I have secret escape pod. Good luck! Okay, hi, wir sind wieder da. Ehm, ihr habt die Katzen gesehen. Ja, Ehm, und Clifford, äh, haben uns doch mächtig verarscht. Aber mal sowas von. Ähm, ich begebe mich zum Strand. Okay? Scheiß, ich muss tauchen. Okay, ähm, du hast das nicht mitbekommen? Domlek? Okay, ähm, ich hab, äh, ah, war nicht für dich durchgelöchert. Warte, Snacks. Das ist das erste, was ich unter Wasser mache. Erstmal fressen. Ähm, ähm, und zwar, ähm, haben wir ja, ähm, die Information wieder beschafft, ne? Haben Clifford an, die, äh, hier an... Er ist denn der Scheiß noch mal an die Konsole angesteckt, so. Scheiße. Und, ähm, ja, da hat dann auch dann uns gesagt, dass, äh, Clifford und Avon eigentlich die Böden sind und sie wollten dafür sorgen, dass wir, äh, darin sterben. So, es kann sein, wenn man jetzt sterbe. Bitte nix. Ich wurde von hinten abgeschossen. Ich hab da kein Heli auf der Karte gesehen. Oh, wow. Das ist so dumm. Ich hab da kein Heli auf der Karte gesehen. Schießt du? Nein. Will schießen. Auf die Helis. Ja, weil von deiner Seite kommen, kommen Schüsse, aber ich sehe da halt kein Heli. Aua. Oh, nein, ich weiß, was das Problem ist. Scheiße. Da. Ich hab, ich hab ja mein Taucheranzug ausgezogen. Heli ist weg. Danke. Okay, ähm, das heißt, ich kann jetzt einfach in den Heli steigen und hab jetzt meine Sicht beendet. Ja, das, ähm, ich, ähm, ich, ähm, begeg mich mal nach unten. Ich, äh, sorg mal kurz dafür, dass die weggehen. Ja, bitte. Ich schwinge mal kurz ein bisschen World of Tanks. Danke. Oh. Ja, ich, äh, komm, die nicht wirklich. Aber gut, sieh uns auch nicht, von daher ist es kein Problem. Von daher kommt, von daher kommen neue. Wie sieht's aus? Sieht gut aus. Ja, vielleicht kann ich sagen, ich seh nichts mehr, also, das ist, kann man nicht schlecht. Ich, schließ einfach nochmal, ganz Wild. Ja, die, ich seh nichts mehr, also. Feind, jetzt fahren wir über alle Berge. Hm, okay. Dann gehe ich mal wieder zu dir. Wen hat er jetzt die Jod genannt? Avan. So. Der hat sich ja verraten hat. Hm, okay, ich dachte, man hat uns. Beziehungsweise nicht verraten, er hat uns die ganze Zeit benutzt. Deswegen. Du weißt, was wir dann in A3 vorhaben, ne? Avan, dieser blöde Penner bekommt das, was er verdient. Also, arbeiten wir jetzt doch mit dem Russen zusammen. Hm. Nun, ja. Wie sich das Blatt doch wenden tut. Hm. Ich, äh, wird schwierig, das da reinzubringen. Ich schaff das. Ich vertraue dir da. Ich hab nie gezweifelt. Was nicht passt, wird passend gemacht. Ich zweifle da nicht an deinen Fähigkeiten. You're almost here, okay? Just, uh, bring it on home. This is, uh, it's gonna be a depressing conversation, alright? Okay. Ganz vorsichtig. Machst du was gut. Ich bin ja wohl. Ich kann's jetzt, ich kann's jetzt absetzen. Sehr schön. Hallo. Okay, 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 thank God you got here, huh? That guy that just, oh, I feel like such a fool. My whole life, I have hated successful people. Never trusted anyone. I've doubted it and loathed and acted like a creep. And the one time I decided to be nice to someone, it turns out he wants to destroy humanity. This is all your fault. My career is in ruins, ruins. Our planet will be in ruins, you fool, if we don't do something. He has control of all your systems. We can't even call out for help. Then you can do exactly what you have to. You have my authority. And we'll get paid? Paid? Yeah, call it, uh, pension contributions. Of course, significant ones. All right, then get this clown out of here. For all I know, you're bugged all to high hell and you don't even know the bugs exist. Good luck. We don't need luck. I always wanted to say that between us, we are completely fucked. Come on. Meet me back at the facility. I'll be in contact with when I have a plan. Okay. Hey, das ist Bockdor ein Problem bestanden. Ja, Platin. Ich hab natürlich das wichtigste meiste gemacht, ne? Ich hab definitiv nicht den Avenger, ähm, den Autopiloten drinne gehabt und einfach nur geschossen die ganze Zeit. Fünf Prozent oder weniger. Ja. Klar. Das, äh... Mach ich, wenn ich, äh, Zeit hab. Ich hab einen Termin. Geht leider nicht. Ja, ähm, das ist ablöd, ne? Schade. Ja. Ähm... Ach ja. Den Autos waren wir grad für den Business zurückgekommen. Wieso war das nicht auch irgendwie... Hm, dieser... dieser... dieser poetische... Aua. Und dieser poetische Aua, der gefällt mir richtig. Okay. Diese poetische Sichtweise. Ne, ich will hier eine Stange. So. Voll geht aber auch schon, äh, ziemlich lange. Müsste jetzt, glaub ich, fast, äh, um die 30 Minuten gehen. Genau. Ähm... Woher ich das wohl weiß, äh... Nicht, äh, weil meine Folge, meine, mein Clip an sich, äh, 20 Minuten dauert. Und ich dann einfach nur geschätzt hab. Nein. Ähm... Ähm... Danke fürs Zusehen. Sage Tschüss bis nächstes Mal. Und auf Wiedersehen. Tschüss.